Eine absolute Wahnsinnsnachricht erreicht mich jetzt gerade. Mercedes will alle Autohäuser in Deutschland verkaufen. Ihr habt richtig gehört. Davon sind im schlimmsten Falle bis zu 8000 Mitarbeiter betroffen. Und wir gucken uns die Situation gemeinsam an. Was hat es damit auf sich? Was hängt da auch mit der Elektromobilität dran? Und wird das gegebenenfalls auch bei anderen Herstellern passieren? Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und ihr wisst das, ich bin Auto-Enthusiast. Einer dieser Play-Button an der Wand ist für meinen Autopflegekanal mit über 150.000 Abonnenten der größte in diesem Bereich. Und dementsprechend glaube ich, dass ich eine adäquate Meinung mir bilden kann über die Situation, was jetzt hier gerade passiert. Und wir sehen jetzt einmal hier einen Artikel bei der Bild dazu und auch bei der Welt. Und dann heißt es, Mercedes will alle Autohäuser verkaufen. 8000 Mitarbeiter, die betroffen sind. Und es wurde hier als Paukenschlag bezeichnet. Die Entscheidung gelte für alle der rund 80 Betriebe unabhängig, ob in inländischen oder städtischen Regionen, sagt der Mercedes-Sprecher zu Bild. Heißt, auch die Niederlassung am Konzernsitz in Stuttgart steht zur Disposition. Das heißt, die wollen tatsächlich hingehen und alle 80 Betriebe komplett verkaufen in irgendeine andere Hand, sodass der Kunde natürlich immer noch die Möglichkeit hat, mit seinem Fahrzeug dorthin zu gehen, Inspektion zu machen, Räderwechsel, Bremsenwechsel, Reparaturen, was halt so normalerweise anfällt, zumindest meistens bei einem Verbrennerfahrzeug. Denn überlegt euch doch mal, das ist schon ein gravierender Unterschied. Das Verbrennerfahrzeug hat viel mehr Teile, besteht aus circa, gehen wir mal davon aus, 4000, 5000 Teilen. Das Elektroauto wiederum hat circa 400, das heißt 90 Prozent weniger an Ersatzteilen. Zum Beispiel keinen Auspuff, zum Beispiel keinen Ölstutzen, zum Beispiel keinen Öltank und so weiter und so fort. Also das Ganze fällt alles weg und ist deutlich schlanker. Dadurch natürlich weniger Reparaturen, weniger Einzelteile, die gekauft werden müssen, etc. pp. Das ist natürlich vorteilhaft für den Kunden, aber das ist natürlich ganz klar zum Nachteil für die Wirtschaft, was hier jetzt gerade passiert. Und diese grüne Transformation, die werden aber auch nicht alle Menschen mitmachen, können, in Klammern, finanziell. Denn überlegt doch mal, wer kann sich denn ein aktuelles Elektroauto leisten? Na klar, man kann natürlich so ein kleines Renault Zoe Fahrzeug nehmen, das ist eines der günstigeren Fahrzeuge, aber das selbst ist auch schon deutlich teurer als ein kleines gebrauchtes Fahrzeug, wie zum Beispiel ein VW Polo oder ähnliches, welchen man gebraucht, immer noch gut kaufen kann und der auch sehr, sehr lange fahren kann, als Diesel oder auch als Benziner. Sehen wir einfach eine wirklich komplette Transformation. Es sollte niemanden überraschen, dass das jetzt hier passiert und dass Mercedes jetzt offensichtlich die Sichtweite hat und zu sagen, ja gut, auf dem Höchststand, wo wir gerade vielleicht angekommen sind, verkaufen wir jetzt unsere A80 Betriebe. 2035 werden geplant, keine Verbrennerfahrzeuge mehr in Deutschland neu zugelassen und dann haben wir doch gar nicht mehr die Nachfrage für Werkstätten. Das brauchen wir doch gar nicht mehr. Hängt das irgendwie alles miteinander zusammen? Ich glaube es ehrlich gesagt schon. Und wenn wir uns das Ganze nämlich hier angucken, heißt es vom Sprecher von Mercedes, Zitat, diese mögliche Neuausrichtung geschieht aus einer Position der Stärke, denn konzerneigene Niederlassungen sind profitabel. Ja, das mag im aktuellen Moment der Fall sein. Warum sollte sich denn ein Mercedes von so einer Cash Cow, wie es so schön im BWL-Deutsch heißt, trennen, wenn das alles so rosig läuft und auch in den nächsten Jahren weiterhin funktionieren wird? Nein, ich glaube das ehrlich gesagt absolut nicht. Ich glaube, da ist wirklich eine ganz, ganz große Agenda im Hintergrund, die da am Laufen ist. Weil guckt euch mal den größten Konkurrenten im Elektroautobereich von dem Hersteller Mercedes an. Das ist neben BYD aus China gerade in den aktuellen letzten Monaten sehr, sehr stark gewordenem Hersteller, vielleicht Kia, aber Tesla. Tesla natürlich. Und was macht Tesla? Die haben zwar das ein oder andere Service Center, aber die sind halt nicht so zahlreich aufgestellt in Deutschland, wie beispielsweise Mercedes, das aktuell der Fall ist. Und das benötigen sie auch gar nicht. Denn überleg doch mal, für ein Software-Update muss man mit einem deutschen Fahrzeug in der Regel in die Werkstatt fahren, damit das gemacht wird. Heidewitzka, das kann doch der Kunde nicht selber machen. Nein, musst du bei Tesla aber auch nicht. Du wachst morgens auf, gehst zu deinem Auto und wenn es mit WLAN verbunden ist, beziehungsweise über die Nacht schon war, hat er das Update schon gezogen und schon automatisch installiert. Du steigst ins Auto ein, hast die ein oder andere neue Funktion freigeschaltet. Völlig kostenfrei, ohne irgendwelchen Aufwand oder ähnliches. Fehlerbehebungen etc. Und verstehe mich nicht wie falsch, kann Tesla auch und muss das auch sehr kritisch sehen in verschiedenen Bereichen und so weiter. Da habe ich zahlreiche Videos drüber gemacht. Aber manches ist bei diesem Konzern wirklich deutlich besser, als bei den eingestaubten deutschen Herstellern. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn man auch mal Mercedes-Kunde war und weiß, wenn man mit einem älteren Fahrzeug, älter, wenn es raus ist aus dem Leasing nach drei, vier Jahren, dann zum Mercedes-Center gefahren ist, je nachdem, in welchem du warst, wurdest du gar nicht mehr so toll wie König Kunde behandelt, weil die Nase hier ganz, ganz weit oben ist. Da werden mir garantiert einige von euch auch etliche Storys darüber erzählen können. Und das entspricht auch meiner Erfahrung, die ich selber auch schon gemacht habe. Ja, das Ganze geht hier allerdings noch ein bisschen weiter. Wenn es dann hier heißt, die neuen Eigentümer sollen die 8000 Mitarbeiter übernehmen, die aktuell in diesen Filialen angestellt sind. Aber es ist möglich, dass sie dann weniger verdienen. Ja, surprise, surprise. Laut Stuttgarter Nachrichten könnten sie Teilabfindungen erhalten. Für Mercedes würde das dauerhaft eine Senkung der Personalkosten bedeuten. Offensichtlich läuft es doch nicht so rosig, wenn man jetzt hier sich darüber freut, dass man noch was einsparen möchte. Ein Schelm und so weiter. Ihr kennt das. Mögliche Verkäufer stellt der Konzern ganz klare Anforderungen. In Frage komme nur, wer zum Beispiel zu Investitionen bereit sei, Mitarbeitervertretung offen gegenüberstehe und keine wirtschaftlichen Probleme habe. Und wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit und Bestand eines erfolgreichen Mercedes-Benz-Vertriebs in Deutschland sicherstellen, wie es hier heißt. Das Ganze soll auch nicht an ein einziges Unternehmen verkauft werden, sondern halt mehrere. Man möchte die, ich schätze mal, nicht so eine Marktmacht in eine Hand geben oder Ähnliches. Das kann ich mir ja vorstellen. Und es ist doch interessant, wo auch gerade hier hingegangen ist. Sixt beispielsweise ist hier hingegangen und schmeißt alle Tesla-Molade raus. Das sind die Gründe, hieß es. Oder aber auch hier der Konkurrent von Sixt. Herz verschleudert Teslas. Warum Mietwagenfirmen sich von E-Autos trennen. Und ein Grund dazu ist zum Beispiel hier zu lesen, bei Merkur. Herzchef Stefan Scheer sagte nun dem Finanzdienst Bloomberg, es haben sich als schwieriger als erwarteter herausgestellt, die höheren Kosten rund um den Betrieb von Elektroautos zu drücken. In Zukunft werde Herz Aufmerksamkeit die Nachfolge beobachten, bevor man entscheide, mehr Elektrofahrzeuge zu kaufen. Ja, Leute, wir sehen einfach, dass unsere Wirtschaft ganz, ganz eben klatante, große Probleme hat. Und die sind hausgemacht. Man muss es doch wirklich so sagen. Und hier von einem Märchen der Transformation zu sprechen, ich sage es mit den Worten von Robert Habeck, wir sind von der Wahrheit umzingelt. Das ist die Realität. Die Realität wird sein, dass wir unsere Wirtschaft, so wie sie vor fünf Jahren noch oder gar vor zehn Jahren kannten, nicht mehr geben wird. Die deutsche Automobilindustrie hat massive Probleme. Wir sehen, dass Bosch massive Probleme hat. Wir sehen, dass Bayer jetzt im anderen Bereich Probleme hat. Wir sehen es bei zahlreichen weiteren Firmen, Autodruckzulieferer ZF beispielsweise, 12.000 bis angeblich 18.000 Stellen, die auf der Kippe stehen. Zahlreiche Werke, die von verschiedenen Firmen in Deutschland geschlossen werden. Das sind Nachrichten, auf die wir uns für die nächsten Jahre vorbereiten müssen. Das ist die Realität. Und wie das hier, die ganze Party in Deutschland, noch weiter finanziert werden will, darüber will ich gar nicht nachdenken. Denn das Problem ist, ich bin einer davon, der die mitfinanziert. Genauso wie ihr. Und jetzt schreibt mal eure Meinung dazu unten rein. Was denkt ihr? Was hat es damit auf sich? Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.